Servus Leute und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Mirror's Edge Catalyst. Die letzte Folge habe ich ja ein bisschen woanders beendet, wenn ich mich noch so richtig erinnere. Da war ich irgendwie im Untergrund bei der Rebecca, weil ich da eigentlich die Mission weitermachen wollte. Und jetzt starte ich hier das Spiel und stehe hier in unserem alten Versteck. Hier dampfts und der Dogen hat mir gerade noch gesagt, er könnte mir Informationen geben, wie ich vielleicht den Noah finde, dass der vielleicht sogar noch am Leben ist und so ein Zeug. Ich bin mir jetzt ein bisschen unsicher, ob ich jetzt hier schon auf Mission bin oder nicht. Das ist leicht verwirrend. Darum gucke ich jetzt mal hier. Ah, mein schöner Pipi Echo. Ja, schön. Da fehlen mir noch knapp 1000 Punkte und dann habe ich hier. Apropos Punkte und so. Ich habe mir überlegt, ob ich hier noch mal eine von den Missionen, die ich schon gemacht habe, spiele. Weil wie man da unten sieht, fehlt mir noch eine Überwachungsaufnahme, ein Dokument und zwei verbeugene Taschen. Gehe ich mal hin und mache das einfach mal. Bevor ich jetzt mit der eigentlichen Story weitermache. So. Gucken wir mal, ob ich das Zeugs finde. Ich kann nicht. Schrei mir das auch. Ich bin noch im Ladebildschirm. Kann ja gar nicht haben, he. Und falls euch noch nicht aufgefallen ist, ich habe diese Woche wieder Spätschicht. Das bedeutet, die Folgen kommen wieder ziemlich spät. Kann ich das... Ah ja. Blablabla. Lass mich laufen. Beinahe zu kurz gelaufen. So, ja. Du hast schon offene Fenster gehört. Da lebt da Noah noch und quatscht mich auch noch voll. Aber wir wissen ja, ich muss ja erstmal da rein, damit ich da an die Dinger komme. So, machen wir Lüfter. Hör auf zu labern. Ich bin schon drin. Ey, bin ich schon drin? So, jetzt gucken wir mal, ob ich hier das Zeugs finde. Hm. Die Frage ist halt, liegt das Zeug auf dem Weg? Und man muss nur die Auge auferhalten? Ich guck mal. Was ich hier so... Achtung. Da unten geht irgendetwas vor sich. Eine Wagenkolonne nähert sich, begleitet von jeder Menge entforschen. Da bin ich, glaube ich, noch nicht gewesen. Mal gucken, ob hier irgendwas... Ah, okay. Keine Sorge, Noah. Sobald er erledigt ist, wird die gleiche Gefahr sein. Ja, das hoffe ich. Eine Barriere. Da komme ich auch nicht weiter. Dann gehen wir halt mal darüber. Aber... Aha. Da sehe ich doch schon mal was. Haha. 25 Erfahrungspunkte. Yay. Kriege ich da irgendwie auch so Bonus-Erfahrungspunkte, wenn ich alles in einer Mission gefunden habe? Hm. Gucken wir mal. Ich hoffe, ich finde das jetzt auf Anhieb auch alles, das ganze Zeug da. Aber... Ja, die RunaVision ist offline. Ist mir egal. Ich suche hier... Dinge. Die Agrarabteilung befindet sich in den obersten Stockwerken. Der schnellste Weg darauf sind die Aufzüge. Äh... Aufzüge brauche ich nicht. Von da unten komme ich. Da kann ja dann im Prinzip nichts mehr sein, ne? So. Slide mal hier schön an der Wand entlang. Ich höre hier jetzt auch noch keine von diesen verbeugenden Taschen. Und darum kletter ich jetzt einfach mal da hoch. Da kommen wieder die zwei Typis. Die hier Zeugs labern. Äh... Äh... Fällt mir grad nix ein. So. So. Runa mit ihr. Bevor die da noch nach unten gucke. Oder als blinder Passagier nach oben fahren. Hm. Ich bin mir irgendwie grad unsicher, ob ich hier jetzt alles gefunden hab. Was ich jetzt in dem Bereich hätte finden können, ne? Was ich jetzt in dem Bereich hätte finden können, ne? Huh! Knapp. So. Ich hoffe mal das klappt besser als hier in der letzten Folge... ...alle Gridleaks und sowas von der Baustelle zu finden und den Scheiß. Hm. Was jetzt fies wäre, wenn ich jetzt hier hochfahre und sehe dann da unten irgendwas liegen noch. Boah. Ey, das wäre richtig kacke. Hm. So, warte mal. Wo kann ich denn... Da. Hopp. Ich weiß den Weg leider nicht mehr auswendig. Deswegen muss ich jetzt schon wieder erstmal gucken, wo ich überall hin muss und so. So. Da raus. Nein, sollten wir nicht. Denn ich höre... Hier etwas. So, warte mal. Kann ich mich hier umdrehen? Jawohl, ja. Ha! Zack. Eine von drei? Hä? Warte. Ähm. Missionen. Dokumente habe ich. Jetzt fehlt mir noch eine Tasche und eine Überwachungsaufnahme. Alter. Also ich hätte mir doch auch die Arme ausgerissen. Ah, da liegt sie ja. So. Quatsch. Ich habe gestern Rebecca getroffen. Sie fühlt etwas im Schild. Ich weiß noch nicht was. Was plant sie denn jetzt wieder? Du solltest dir wirklich nicht so viele Gedanken um deine Freunde machen müssen. Sie hat eine Waffe. Sie hat was? Sie will sie zur Abgebung mitnehmen. Nur für den Fall. Sie wird jemanden provozieren. Und dann gibt es Verletzte. Krugasek versteht keinen Spaß. Naja, keine Sorge. Ich denke, ich konnte es ihr ausreden. Was mir mehr Sorgen macht, sind ihre neuen Freunde. Für meinen Geschmack hören sie ein bisschen zu sehr auf sie. Denn Gewalt schadet uns nur. Wenn wir anfangen zu solchen Mitteln zu greifen, dann sind wir nicht wirklich besser als sie. Die Unternehmen müssen sehen, wie viele von uns nicht hinnehmen, dass sie über Cascadias Zukunft entscheiden. Okay, ich glaube, das war der Noah und die Faith, die darüber geredet haben, dass die Rebecca irgendwas vorhat. Was ich nur ein bisschen seltsam finde, ist... Warum... Das muss ja eine Aufnahme sein, die... Entweder Noah oder Faith gemacht hat. Warum verstecken die die hier bei Kruger im Gebäude? Oder warum liegt die da irgendwo auf dem Tisch? Sagen wir es so. Das ist... das ist sehr seltsam. So... und nun... Ich muss mal drauf hören... Ob hier noch irgendwo eine Tasche zu... ergattern ist. Ich muss mal auf den Tisch... Interagieren... Gib her! Oder besser gesagt, mach uff! Ich glaube, ich habe gerade wieder so einen Tick. Besser gesagt, besser gesagt... Ja... Wir stehlen irgendwas. Das wissen wir schon, weil das ist eine Mission, die wir schon machen. Ich will hier bloß gucken, dass ich hier wieder rauskomme. Ich bin jetzt im Büro-Bereich. Ähm... Kling dich in irgendein Terminal in Arbeitsraum 4A ein. Der Rest erledigt die Shotgun. Ich finde den Satz immer noch so geil. Kling dich in irgendein Terminal ein. So, ich nehme mal irgendwas... Und probiere was. Mal gucken, ob es klappt. Erstmal gegen die Wand rennt. Es klappt schon ganz gut. Das kriege ich hin. Hopps. Hopps. So... 4H wissen wir ja. Das ist ganz da oben. Ist nur die Frage, wenn ich jetzt hier diese letzten Daten gefunden habe. Oder diesen Koffer da. Ähm... Ah, ich weiß glaube ich, wo der ist. Ja. Da ist er. Da hatte ich nämlich geguckt und habe gesehen, dass ich da nicht rankomme. Aber mal gucken. Ob ich das so hinkriege. Ähm... Nee... Nö... Hm... Warte... Höh... Ich glaube da bin ich mit dem Kopf irgendwie an der Decke hängen geblieben. So... Ob das in Wirklichkeit funktioniert, keine Ahnung. Aber mir egal. Ich habe es geschafft. Gib her. So... Zur Sicherheit... Gucke ich jetzt noch nach. Perfekt. Und dann mache ich einfach die Mission jetzt halt fertig. Denn das Ding hier, das speichert als ein bisschen komisch. Ich bin am Terminal. Jetzt setze ich die Schautgang ein. Und... Damit das Zeug hier... Auch wirklich gespeichert ist, damit ich hier das nicht nochmal machen muss... Mache ich halt einfach jetzt die Mission fertig. Ah, stimmt ja. So war das. Jetzt komme ich da durch, weil... Der Typ erst kommen musste. Ah, kann das sein, dass ich da nicht hinkam, weil ich diesen Skill noch nicht hatte, nach dem Wallrun noch... ...n Wallrun zu machen? Da bin ich ja... Dieser Bereich ist irgendwie anders. Ich frage mich, was die hier machen. Von dem seitlichen Wallrun zu dem senkrechten übergegangen jetzt. Und das konnte ich ja vorher nicht. Ah, ist das hier hässlich grün, Alter. So. Das Gute ist, dass man den ganzen Case hier überspringen kann. Oder auch nicht. Wenn man es schon gemacht hat. Wenn ich jetzt mit der richtigen Story weitermache, natürlich. Dann werde ich das Zeug natürlich nicht überspringen. Weil... Ich will ja wissen, was da abgeht. Und ich will wissen, ob Martha Noah... ...noch irgendwie wieder finde. Doch. Ich fliehe jetzt. Wenn du kämpfen musst, kämpf. Aber sag, dass du da rauskommst. Ja, kämpfen muss ich nicht. Du was du hast, du mir zu helfen. Bin schon dabei. Ähm. Warte. Okay. Hups. Daneben gehauen. Naja, ich bin schon einen Stockwerk tiefer. Und äh... Das Lustige ist, dass das Seil ja sowieso schon da hängt, ne? Fug, 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 fug. Gut. Ihr kommt jetzt beide hierher zurück. Und bleibt aus der Sichtweite der Wiener. Ja, ja, wir kommen schon. Wir kommen schon. Ich locke sie weg. Wir sehen uns dann im Versteck, Fried. Ich locke sie weg. Die Grit ist die Hölle los. Was auch immer du gemacht hast, Faith. Du hast mitten in ein Wespennest gestochen. Ja, ich weiß. Und das Wespennest hat uns schon längst richtig den Arsch versohlt. Ich bin ein Alkoholgeschleide von dir gegen eine Wand. Ah, wa. Jetzt geh ich ja doch drauf ein. Auf das schon gespielte. Ach, ist ja egal. Kann ich wenigstens nochmal ein bisschen übel. Ist ja auch schon wieder eine Weile her, ne? Dass ich das hier gespielt hab. Aber ich hab mir jetzt gedacht. Die Playstation läuft schon. Machen wir mal so eine Playstation-Woche. Wo ich hier meine ganzen Spiele mal wieder eine Folge gönne. Muss ja auch mal sein. So. Nun hab ich das. Und wie komm ich jetzt zu der Mission, die ich eigentlich machen wollte? Wo ist denn der komische Einstieg? Wie komm ich denn hier in den Keller? Okay. Das ist noch ein Grid-Node. Das ist so ein Benutzer erstelltes Teil. Hä? Äh, ah. Warte, warte. Äh. Warte, warte. Warte, warte. Der Gipfel der Welt. Hier, Gefangener X. Wegpunkt. Ich könnte auch eine Schnellreise tun. Aber. Hey du. Komm her. Nein. Ich habe etwas vor. Und. Je nachdem wie lang der Weg dahin ist. Weil Ladebildschirme sind ja langweilig. Deswegen renne ich. Ähm. Ähm. Könnte es sein, dass ich dann keine Zeit mehr habe. Und hopp. Boah, jetzt hätte ich fast zu früh losgelassen. Ah. Cool. Habe ich schon. Ich versuche ja immer auf dem Weg alles mitzunehmen, was ich da noch irgendwo finden kann. Haha. Ich habe es doch gewusst, dass da so bestimmt irgendwas ist. Da rennt man immer so dran durch, ne? Hä? Ich hänge fest. Okay. Und dann, äh. Übersieht man das. Ich hätte wahrscheinlich noch 20 mal vorbei rennen können, wenn ich jetzt nicht gedacht hätte. Ey, warte mal. Apropos alles mitnehmen. Gucken wir mal. Was direkt hinter der Mauer ist. Oder direkt an der Wand. Denn da verstecke ich gern mal solche Sachen. Solche Sachen verstecken. Ah, ne. Äh. Das erinnert mich an diese komischen Russen, die da auf den... Weiß da Geier Strommasten oder was weiß ich, was das für Dinger sind. Funkantennen oder so. Oder auf irgendwelchen Gebäuden rumklettern. Das da noch nicht irgendwie mal in der Nachrichten kamen. Hey, da ist... So ein Typ gewesen. Der hat ein YouTube Video von sich gemacht, wie er... runter fällt. Und in der heutigen Zeit wird das bestimmt einen Haufen Klicks kriegen. Und in der heutigen Zeit wird das bestimmt einen Haufen Klicks kriegen. Das wird wahrscheinlich dann, wenn seine Kumpels in Ordnung sind, wird das keiner von denen hochladen. Du hast ja bescheiden. Wir haben das eine riesige Und dann tauchen mögliche Einheiten am Einsatzort. Irgendeiner muss ja dann... Bescheid sagen. So nach dem Motto, ey pass mal auf, YouTuber so und so kann keine Videos mehr machen, weil I believe I can fly, oder so. Äh, ah. Erstmal hier wieder in die Baustelle. Gleich wieder. Da. Und dann gucken wir mal, was die Isabelle zur Sorge hat. Äh. Irgendwie komisch, dass man als solche Töne mitmacht, so wenn man über irgendwas drüber klettert, ne? Obwohl man selber eigentlich gar nichts macht. So, äh. Und, uh. So, up in the underground. Deeper underground. Von wem waren das nochmal? Jamiroquai? Keine Ahnung. So, Türchen auf. Ich will mit der Isabelle schwätzen. Und bevor da was passiert und die befreit wird, sag ich hier, schnell, schnell, Isabelle. Erzähl mal was. Du schon wieder. Bist du enttäuscht? Das ist völlig egal. Du bist so gut wie tot. Mein Vater wird ja alles dem Erdboden gleich machen. Für sein braves Töchterchen tut er wohl alles, hm? Du wirst bestimmt mal eine tolle Führungskraft. Wie du meinst. Was willst du? Meine Freunde. Ich weiß, sie sind nicht alle tot. Nur leider ändert das nichts. Du siehst sie niemals wieder. Wo sind sie? Frag doch meinen Vater. Er redet sicher gern mit dir. Darauf wette ich. Aber ich frage dich. Und wenn mir deine Antwort weiterhilft, hole ich dich hier raus. Ich weiß nicht, wo sie sind. Und der Aktenzugriff ist nur für den Kruger-Sack-Hauptrechner möglich. Viel Glück damit. Ich hab immer Glück. Plastic! Kannst du mir helfen, bei K-Sack einzubrechen? Ich muss an ihren Hauptrechner. Bei K-Sack? Im Hauptquartier? Klaro! Gut, legen wir los. Faye? Kannst du mich hören? Wo steckst du? Ich hab Neuigkeiten über Noah. Es könnte sein, dass er noch lebt. Was? Das ist doch... Wann? Ich bin grad dabei, die Information zu überprüfen. Großartig. Halt mich auf dem Laufenden. Ich denke übrigens, dass wir uns langsam von Black November verabschieden sollten. Rebecca wird mir von Tag zu Tag unheimlich halten. Ich hab gehört, sie hat neulich bei der Röhre einen Verräter erschießen lassen. Und ich fürchte, dass bei Kruger könnte die nächste sein. Damit würde ich nichts zu tun haben. Okay. Wir fahren weit ab. Ja, besser ist das. Und Glück können wir, glaube ich, auch gebrauchen. Bei dem, was wir jetzt vorhaben. Wenn ich daran denke, wie am Ende das Gespräch... ...die Kamera auf diesen Helm von diesen Sentinel-Typies... ...gezoomt hat. Das bedeutet, da werden wahrscheinlich so einige von denen auftauchen. Gut, K-Sec Hauptquartier, ne? Da hocken die ganzen Typen ja rum. Wenn sie Pause machen oder so. Ich hoffe nur, dass ich nicht so weit. Wo muss ich denn da hin? Das Lustige ist, wenn man da hinläuft zu dem Ding... ...hat man irgendwie einen ganz anderen Weg. ...und jetzt muss ich hier so einen komischen... ...weg hier hochklettern. Ich komme da irgendwie viel niedriger an, als ich da nachher abhauen muss. Fährt da irgendwie das Gebäude hoch oder so? Wird das höher? Wenn man da drin ist. Wenn du dann gehen willst. Scheiße was. Zwei Stockwerke, ne? Truff oder so? Ne, truff. Also neu und obetruff. Ne, ne. Äh. Ja. Und jetzt? Okay. Ich hoffe nur, dass mir jetzt erstmal die K6s, äh, nicht gleich im Weg rumrennen, sondern, dass sie erstmal... Au. Dass sie erstmal dahin kommen. Hm. Irgendwie braucht das Ding alles. Ich hab's doch gewusst. Ich hab grad gedacht, so, hä, was ist das? Hey, ich bin hier drüben! Ja, das war... Ist mir egal. Ich muss zum Hauptquartier von K6s, weil ich verrückt bin. In das Polizeirevier einzubrechen, hä. Aber gut, ich hab ja fast alle Skills. Nur die Sache mit der Lebensenergie ist noch ein bisschen, hab ich, da hätte ich vielleicht mal, oder so, ne? Ich hab doch da gerade... Ah, das ist der Koffer da oben. Hö! Ähm. Okay. Hüpfen wir mal kurz runter. Leider mit Absicht. Denn... Das, äh, ist eine blöde Schräge gewesen. Irgendwie. Gut, dass er mich da wieder direkt hinstellt. So, warte mal. Komm ich da irgendwie? Hier sind ja so... Ne? Autsch. Okay. Also, so rum geht's nicht. Hö! Verdammt. Okay, warte mal. Ich weiß ja jetzt, dass es klappt. Hä? Willst du mich verarschen? Das fies ist halt, dass du echt weißt, ah, ich komm da hoch und so, aber... Dann ist das so ein Blödsinn. Was sind das denn da? Wahrscheinlich wäre es hundertmal einfacher gewesen. Warte mal. Mach mal da hoch. Ja. Okay. Das hätt'n wir auch einfacher haben können. Aber ich mag es, wenn die Leute den Bildschirm anschreien und sagen... Ey, 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 ey ey, 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 ey ey, 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 ey. Ich suche so lange nach einer Möglichkeit, ins Krugaseck-Hauptquartier einzubrechen. Kann ich die Reflexionpläne behalten? Sie sind wunderschön und voller unglaublich interessanter Dinge. Na klar, machst du eine Kopie. Oder wir machen eine Kopie, die der Dogan kriegt. Sie ist voller Naniten, die mit dem Wirtskörper verschmelzen. Reflexion stellt eine berichtete Verbindung mit dem Grid her. Ich schätze genau das meinen Sie wohl mit, während Sie eins mit dem Grid. Sobald es kalibriert ist, kann es außerdem den Gesundheitszustand und das Stressniveau regulieren. Können die Leute das denn nicht von sich aus? Und dann ist da noch irgendwas über das limbische System, das ich nicht ganz kapiere. Noch nicht. Da muss ich mich gerade mal ein bisschen reu spannen, denn die Isabel Kruger, die hat ja jetzt gerade etwas so ein bisschen so komisch rumgehuschtet. Wenn diese Naniten über den Grid verbunden sind. Ich? Weil es irgendwie wahrscheinlich cool aussieht. So, darf ich jetzt hier, ne? Auf jeden Fall hat die Isabel Kruger ja gerade so ein bisschen rumgehuschtet. Wenn das mit dem Grid League hier oder Grid Note verbunden ist, kann dann der Faddy hingehen und sagen, ey, pass mal auf. Ich lasse die mal sich ein bisschen reu spannen und dann wird die krank oder so. Und das limbische System, wenn er das unter Kontrolle hat, kann er damit dann die Menschen komplett kontrollieren. Sozusagen Technik-Zombies. Hm, das ist jetzt die Frage. Und muss ich dann hingehen, wenn die alle unter der Kontrolle vom Kruger sind? Und muss ich den, äh, Taube-Nüsschen-Song singen? Damit die wieder freikommen? Hm. Fragen über Fragen. Und die werden wir jetzt alle lösen. Wenn ich dann endlich mal da irgendwie ankomme, du. Irgendwie finde ich das lustig. Jedes Mal, wenn man da reingeht, drehen sich diese Dinger um. Und das ist eigentlich auch nur zum Style, oder? Über diesen Würfel da zu hopsen. Schwing. Au. Hä, wieso? Hat das nicht geklappt? Manchmal klappt das mit dem Abrollen nicht. Da will sie nicht. Schauen wir da. Hey, guck mal, Typen. Nein. Da ist jemand. Da war jemand. Ich glaube, ich komme dem Ziel etwas näher. Ich weiß bloß nicht, ob ich mich darüber freue soll. Ich weiß nämlich, dass ich hier schon wieder bei einer halben Stunde bin. Was bedeutet, ich muss da jetzt irgendwie noch hinkommen und dann geht's in der nächsten Folge weiter. Hä? Warte mal. Warte mal. Ich glaube, von... Ja. Von dort, wo ich gerade noch stand, hätte das nicht geklappt. Gut. Da wäre es zu weit weg gewesen. Okay. 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 Jawohl. Okay. 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 Jetzt bin ich hier am Schwinge. Ups. Ich habe da noch was gesehen. Gib mir den Sicherheitschip. Okay. Sag mal, wo muss ich denn da... Halbe Weltreise hier. Hey, guck mal. Da ist noch einer. Aber das hier ist kein Sicherheitschip. Das ist ein... Ist ein... Ist ein... Ist ein Steuerchip. Oh. Was haben wir denn hier? Gucken wir mal. Dokumente. Da können wir dann in der nächsten Folge... Am Anfang... Könnte ich ja hingehen. Und... Verdammt. Erstmal noch mal auf dem Gebäude fallen. Und dann können wir uns in der nächsten Folge... Am Anfang mal angucken... Was da... In den Dokumenten drinnen steht. So. Wer baut hier sich so ein Aquarium aufs Dach? Ey, was ist das für ein Schwachsinn? Hä? Ähm... Hä? Was... 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 Was ist denn das hier? Der will, dass ich da hingehen? Was dann? Ah... 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 Scheiß auf deine Keysack, Alter. Ich gehe in der Schacht. Und wenn sie kommen, sage ich denen... Gute Nacht. Weil ich denen voll eine gäbe. Warum reime ich eigentlich jetzt inzwischen schon wieder so einen Haufen Gedönsel? Und so ein Blödsinn vor allem? Egal! Mhm... Da oben ist noch... Was ist denn das? Ah, das ist noch so ein Benutzergedingsel. Und so ein... Gridleak. Okay, ich sehe hier schon Rückzug. Das ist sehr gut. Wo muss ich hin? Hä? Der hat mich doch gerade... Ah... Mal gerade sagen, der hat mich doch hier reingeschickt. Hä? Ah... Sehr gut. Ah... Einmal hochklettern. Hat der sich jetzt gedacht hier, das wäre so schwer da hinzukommen? Oder was? Höh! Sagte er... Unviel vom... Balge. Träger. Was auch immer das war. Ich hätte einfach nur dagegen laufen sollen. Hä? Ich hätte vielleicht auch ein bisschen mehr Schwung holen sollen. Wie Faith in Jugendhaft kam, erfährst du in dem Comic Mirror's Edge Exordium. Exordium. Klingt wie so ein Zauberspruch. Exordium. Hä? Warum macht die keinen Wallrun mehr? Was soll denn der Scheiß? Also jetzt hier zum Schluss der Folge noch, gell? So ein Scheiß, das kann ich gar nicht gebrauchen. Ach, knapp. Okay. Ich bin auf einem Aufzug. Äh... Lass mich raten. Da komm ich nicht hoch. So. Ich komm überall... Hund... Hund? Ich komm überall hin und hoch. Hund. Ich muss nur wissen... Wo ich lang hopsen muss. Warte. Hm. Schade. Äh... Ah. Jaja, haltet zum Schwingen. Wo soll ich mich hinschwingen? Einfach nur da rüber. Okay. Ja, schön. Ist das hier das Hauptquartier von Kruger Sec, oder was? Sieht krass aus. Hier mit, äh... den Kirschbäumen, die am Blühen sind und so. Ach, ja. Site-seeing-Tour noch, oder was? Ich hab mich jetzt nicht wirklich getraut, was zu sagen, weil, äh... meistens Quatsch ist ja da. Okay. Erstmal. Hä? Was ist denn das hier eigentlich für eine Logik, ne? Die bauen sich hier so... ein komischer Wasserfall... aufs Dach. Und... so ein Bolle mit Erde. Und dahin die in den Baum drinnen. Und damit der Baum genug Licht kriegt... Schnauze... machen die den in so ein Aquarium da rein. Machen ein Solarpanel aufs Dach. Und machen da eine Glühbirne drüber. Damit der genug Licht kriegt. Ähm... Hä? Ich mein, die Natur hat sich doch schon was dabei gedacht, die Dinger in der Wald zu stellen. Normalerweise. So ein Baum. Ich hab ihn. Ich weiß nur nicht wie, ich bin eigentlich volle Rotze drüber gesprungen. Hey, du kannst mit einem Retall rüberfliegen. Sag Bescheid, wenn du den Wegpunkt erreicht hast, dann schicke ich einen zu dir. Was? Mit einem Retall? Okay. Ha, ich darf mit etwas fliegen. Wie toll! Äh, ja. Lass mich erstmal gucken, dass ich da ankomme. Boah, ich glaub, da wär ich jetzt im Arsch gewesen, wenn ich die Landung verkackt hätte. Ja... Ich glaub, ich bin gleich da. Ich kann zumindest schon mal den Leuchtestrahl sehen. Boah. Egal, ich hab den Gridleak. Puh. Setz mich bitte nicht zu weit zurück. Jawoll. Äh. Wie geht denn das mit dem doppelten Wallrun? Den wollte ich da jetzt eigentlich machen, um den Gridleak zu kriegen, aber der hat sich dann da so komisch verzwirbelt und dann... ...war kacke. Du sagst das. Du sagst das. Aha. Erstmal... Gib mir noch den Chip. Damit ich hier nicht ausflippe. Verdammt nochmal. Da hast du halt so Hänger, ne? Mit hier... ...ein Wort... ...hundertmal sage... ...in... ...fünf Minuten. Und dann... ...rein mit dem Monster. Hä? Wie ist denn das für ein Schwachsinn? Kann ich mich da irgendwie... Ne, kann ich nicht. Ah. Warte. So. Jawoll, ja. Ja. Wenn die Folgen so lang werden... ...kackt mir die Stimme ab. Habe ich aber schon öfters gehabt. Auf jeden Fall... ...bin ich jetzt hier endlich am Ziel. Und... ...flieg erstmal nochmal auf die Fresse. Hat ja... ...nur ein bisschen länger gedauert, als ich eigentlich gehofft hatte. Und ich würde sagen... ...jetzt gehen wir dann erst in der nächste Folge hin. ...und gucken mal... ...wo uns das VTOL hinfliegt. Und dann... ...schleichen wir uns mal ein bisschen durch... ...das Kruger Sack Gebäude. Ich habe nämlich keine Ahnung... ...wo mich das Ding dann nämlich da... ...in diesem Kruger Sack Dingsbums hinbringt. Und dann mal schauen, was hier... ...Reflection alles so für Schwachsinn... ...mit den Menschen tut. ...und ich hoffe... ...dass nicht das eintrifft... ...was ich mir jetzt da so zusammengereimt habe... ...die ganze Zeit. Weil sonst wird das echt ein bisschen... ...blöd für uns. Sonst müssen wir echt noch den Taubenüsschen-Song singen. ...und das erste Mal... ...und noch... ...und noch... ...und noch die Wiesen. Aber... ...erst mal... ...schauen wir nach... ...ob wir rausfinden... ...ob der Noah noch lebt... ...und wenn ja... ...wo er ist. ...und dann... ...helfen wir mal... ...vielecht noch ein bisschen der Isabel. Vielleicht wird die ja freundlich... ...und hilft uns... ...und tut ihrem Baba... ...sorge, dass die Leute gar nicht so schlimm sind... ...die auf der Däche rumrennen. Allahop! Bis dann!